Yo, yo ihr Früchtenbiester, es ist ja gar nicht mehr lange bis Weihnachten. Und deswegen möchte ich euch jetzt nochmal darauf hinweisen, dass ihr an Weihnachten vielleicht die Chance habt, euch Sachen schenken zu lassen. Zum Beispiel unser Artbook oder Merchartikel von uns. Wenn euch da irgendwas gefällt, Weihnachten ist vielleicht eine ganz gute Option. Wir haben auch einen Kalender zum Beispiel fürs nächste Jahr. Den kann man danach eigentlich nicht mehr wirklich sinnvoll kaufen. Deswegen, wenn ihr Bock habt, dann macht's jetzt. Ansonsten wird das heutige Video nur ganz, ganz kurz. Das sind zwei Schiffe von Totaki, die wir euch unbedingt mal zeigen wollten. Aber morgen kommt dafür ein längeres Video und da werden wir Plots bewerten. Das heißt, wenn ihr selber besser werden wollt, dann könnt ihr morgen mal einschalten. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem kurzen Spot. Und das war's auch schon wieder. In unserer App hatten wir so ein Gewinnspiel, wo man beim Bogoku Contest mitmachen konnte. Dort konnte man ein eigenes Bogoku einsenden. Eins davon hört ihr jetzt. Und zwar kommt das von ein Davids. Morgen gibt's weitere Bogokus. Da gibt's zum Beispiel auch eine Theorie, woher Bogoku überhaupt kommt. Feier ich persönlich ziemlich doll. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet morgen auf jeden Fall nochmal ein. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne links oben abonnieren oder rechts ein anderes Video anschauen. Haut rein und cheerio! Untertitelung des ZDFs. 2 4 5 10 10 12